willkommen aus dresden neustadt wir sind heute mal als passagier unterwegs auf der strecke dresden rieser und sind mit einem zug unterwegs die man normalerweise so nicht fahren kann bzw der in gefilten unterwegs ist die so nicht erkundbar sind sind nämlich gleich in der s2 hier vorne steht es schon und fahren zum dresden flughafen das ende der fahrt wird ein bisschen komisch enden weil das in tunneln enden wird die nicht ausgebaut sind aber bis dahin werden wir auf jeden fall auf streckenabschnitten unterwegs sein die wir so bisher nicht gesehen haben das ganze ist möglich weil es eine out of bounds mod gibt für den pc so dass man diese bereiche überhaupt im grunde genommen erkunden kann und darauf hingewiesen hat mich dankbarerweise tom fresco also props an ihn dass man das ja mal machen könnte die fahrt dauert ungefähr so 15 minuten unser zug kommt um 25 an wir haben jetzt gerade 21 beziehungsweise der fährt um 25 ab so in der zeit können wir noch mal ein bisschen dresden neustadt hier erkunden hoffen wir hier runter es muss nicht immer mallorca sein meisten wir müssen auf jeden fall noch mal nach meisten irgendwann fahren mit der s-bahn das ist schon viel zu lange her dass wir das das letzte mal gemacht haben auch schön dass hier unten die entsprechende anzeige auch funktionieren was haben wir hier trägt unzählige shopping tüten und meckert trotzdem nicht finde ich kritisch den spruch ist natürlich durch eine mod bahnsteig platforms weiß ich nicht da vorne fährt 143 ein 146 nach leipzig hoppanoff sehr gut die flora haben wir hoch wir haben 23 kunden noch ein bisschen und dann schauen wir mal also wie fahren heute ist das hier eingezeichnet ist nicht hier eingezeichnet ist aber auch nicht schlimm ist ja auch normalerweise nicht erkundbar der ganze strom an passagieren schön oder der bahnhof also schon heftig wenn man bedenkt dass ich auch noch gleichzeitig dresden hauptmannhof ja auch gebaut werden musste also das steckt schon viel arbeit dahinter sowas verdienten und da kommt eine 146 im bahnland bayern design auf der s1 macht schöner und da kommt unser zug sehr schön im steuerwagen das freut mich wir steigen ein so ich höre eine 101 wo ist die 101 da ist die 101 sehr gut wir stehen mal einmal auf hier hallo kollegen da war hat schon fahrt wir gucken mal dass wir für sie die beleuchtung noch richtig einstellen reduziert bitte jawohl okay ich komme gleich zu dir zurück kurz die tür zu ich finde das mal ein bisschen schade dass die innenräume der züge komplett ohne schatten sind also man es fühlt sich immer ein bisschen komisch an hier rumzulaufen deshalb nehmen wir mal hier die halbe wagenbeleuchtung damit das nicht so sehr blendet so oben die erste klasse die zweite klasse und hier zweite klasse und zweite klasse auch hier geben wir mal auf die halbe beleuchtung aber wir gucken was noch kurz die lok hinten an der großraum bereich hohoho die tür lässt sich öffnen aber besser nicht hier oben mit diesem blauen ambiente licht bin ich nicht so ein fan von ehrlich gesagt hallo so wie schnell fährst du 82 können wir uns ja mal hier hinsetzen da sieht man nichts bleiben wir hier mal stehen kleine zugbegegnung fährst du ohne pzp naja so kommen gleich zurück setzen wir uns mal hier oben hin setzen uns besser hier hin nicht direkt ans fenster dann sehen wir nämlich ein bisschen mehr also das ist glaube ich schon ein streckenabschnitt der so nicht mehr befahrbar ist können uns das ja mal von außen beziehungsweise von der nähe dann angucken wie das jetzt hier aussieht ich weiß gar nicht wo wir jetzt hier sind ich komme hier nicht raus wie sind wir denn hier steht hier nicht interessant dann nicht wenn ich jetzt die kamera wechsel in die lok dann fallen wir immer unter die karte so jetzt sind wir hier in im hinteren wagen glaube ich jetzt sind wir wieder hier auf unserem stuhl wir bleiben einfach hier vorne bei ihr wobei wenn wir uns hier hinsetzen dann können wir auch auf die außen kamera zugreifen ja das sind wir so so sieht die maf aus so 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 interessant auf jeden fall wie gesagt das ist halt eben hallo das ist die fast bisschen zu schnell ehrlich gesagt hallo okay halt zu erwarten du solltest mal langsam runter bremsen ok links ist es nicht mehr elektrifiziert und hier ist das auch schon nicht mehr elektrifiziert aber da sieht man mal wie so kartendevelopment aussieht schnellen das ist halt irgendwie so ein zustand ich würde sagen so ja hier ist weil wir jetzt auch schon wieder mehr assets haben und alles würde ich sagen ist eigentlich so zu 80 prozent fertig gebaut vielleicht zu 70 hier fehlt hat zum beispiel eine brücke oder einfach nur das terrain richtig angeglichen aber so der bahnsteig zum beispiel da die signale stehen alle signalmasten ein tampon und Aha, interessant. Was fand ich hier alles so entdeckt? Kleines Überwerfungsbauwerk. Wie schnell sind wir? Dann nicht. So, hier wird es 31. Und ob hier gelten 60. Ja, wir fahren 60. Schön, wie sich das hier durch die Landschaft windet. Von rechts nach links hat es so ein richtig Nebenbahn-Flair gerade. Etwas, was wir im TSW bisher nicht so wirklich haben, ne? Ankündigung auf 40 und halt erwarten. Drücken wir mal auf PZB wachsam. So, Weiche steht nach rechts. Ist das Signal für uns? Ich glaube schon. So, hältst du an? Ich glaube schon. Wo sind wir denn gerade? Aha, hier, ne? Hier ist Dresden-Nordbahnhof. Da sind wir. So, sind wir schon am Flughafen? Das sieht aus wie so ein Flughafengebäude. Ja, es könnte sein. Ein riesiger Parkplatz. Lkw. Ja, es könnte tatsächlich eine Art Rollbahn sein. Ja, doch, safe. Das ist der Flughafen. Ich weiß jetzt nicht, ehrlich gesagt, wie lange das jetzt hier noch weitergeht. Ähm. Ich glaube, wir fahren noch gleich in den Tunnel rein, oder nicht? Wir warten jetzt einfach mal so ein, zwei Minuten. Sie haben keine Erlaubnis zum Fahren dieses Zugdienst. Ja, das weiß ich nicht. Ah, schließt die Türen. Okay. Uh, wir fahren tatsächlich weiter. Also, ich glaube, jetzt wird es gruselig, weil wir jetzt in einen Tunnel reinfahren, der nicht ausgebaut ist. Also, wir fahren jetzt praktisch nur noch so in die kahle Landschaft rein. Unterm Flughafen hindurch. Okay. Also, einmal Kopf einziehen. Wir beamen uns in eine andere Dimension hinein. In drei, zwei, eins. Interessant auf jeden Fall, wie viel Gleis verlegt worden ist. Ich glaube wirklich, dass es zum ursprünglichen Plan dazu gehört hat, das hier auszubauen. Das ist, dass auch diese Strecke noch mit drin ist. Bis zum Flughafen. Aber das ist dann, das hat es dann nicht mehr ins Spiel geschafft. Was okay ist. Immerhin haben wir ja die meisten Strecke. So, das scheint mir auch die Endhaltestelle zu sein. Jetzt geht es hier einmal nach links. Da vorne sehen wir Prellböcker. Die Frage ist, können wir raus? Laufen wir noch einmal durch den Zug? Ah ne, hier ist die Tür. Komm schon. Lass mich raus. Ah. Ich will raus. Ja. Aber ich glaube nicht, dass ich den Zug jetzt fahren kann. Schade. Schade. Schade, schade, schade. Schade, 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 schade. Gut. Schade. Schade, schade. Schade. Believe. Schade. 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 Oh nein.